mussten hier abgeben bist du dir da sicher war irgendwie zeigt mir kein gelbes ausrufezeichen sondern graues warum auch immer wo es ausgewählt ist so wir brauchen doch ja hier die zugung war man nicht unbedingt ja hier aber auch mal handeln plus 20 prozent so viel honig kriegen wir nie im leben zusammen und auch holz nehme ich wenn wir sind zwei oder eins oder einsamen vitamin haben wir genug haben und dann nämlich die munition auch jetzt ging oder fahrrad oder was dann immer das also für das a405 fährt das fahrrad weil ich mir wollte es verklopfen hierfür und 20.000 war nee was war sie war so im dreh anfangs ja 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 komm fahrrad haben wir aber nicht mehr so schickst du mich hin ich habe eine tatsache für dich wenn du denkst du sie kannst es zu tun ist ja ein bobby ich bin doch fertig mit einstern haben wir doch eben gesehen nehmt ja ich nehme sie an aber ich will jetzt noch mal was anderes gucken bei dir ne das hat man das letzte mal schon ne die fünf weil die dreier die macht nicht wesentlich mehr schaden wie die fünf punkte nur ne mach jede ja guck dich an die mach jede hier für 8000 ne willst du mir verkloppen willst du mir erzählen das fahrrad willst du mir für 600 abgucken ne so ich brauche was du wieder mal nicht hast weißt du wieder nicht da nix elektrozone wo was heißt noch da ist eine schriftlinie da immer noch nicht mit drohne so äh harmonie na komm her für die gemeinheit so dankeschön ja 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 jetzt bist du froh dass du schrottlos bist ich weiß na gut mach mal zu hier ne äh zu nun zeig mir ja das ding na gut einschalten abgeschlossen aha das ist ja in der son dann lass dich doch mal angucken dreh doch mal in die andere richtung ne ne oh ne hallo umdrehen ich will ne 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 kommst du denn da her oder wie ne ne komm nicht vom weg ab ne da fliegt er alles gut so da hat er nichts gehabt dann fahren wir mal zu uns ansonsten baue ich eben nochmal selber welche damit wir unterwegs waren haben wir auch richtig was da ist eigentlich nur wir bleiben auf der straße ist sicher ein paar ein tierfett das hat sie natürlich gehört drohen wo bist denn immer noch da wird es schon noch dunkel hier das ist ein werter hier heute sind falsch abgebrochen das knallt jetzt immer fliegst du jetzt immer gegen das auto oder was dann bist du ja doof immer klatscht sie irgendwo dagegen die geht doch kaputt also lebt doch ich dachte ich hätte nach außen umgefahren hier schafft es natürlich wieder klar muss ja also dann wirst du ja noch nicht über blitz getroffen und der wurde schon getroffen hat man ja gehört hubert hier ist eltsbett wo muss man jetzt eigentlich langen hier lang ne anhalten was macht mit dir los mit dem fliegst mit dem lunder alle systeme funktionsbereit wie kann ich helfen so äh weiß nicht äh ähm so hier nimm das mal und das hier mit der andere was machst und das vornehmen brauche ich noch gut doch so was hast du jetzt noch so interessant ist für mich honig ok äh ja und zwar einmal kochen was können wir was fehlt uns eigentlich noch beim kochen wir müssen rein nicht schon ich habe das sturmgewehr haben wir hm hm ja wirklich tolle sachen was auch hier radkappen mien äh oh ja haben wir doch welche ist da komm gar nicht mehr doch zu noch eine betriebgank hm 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 ich weiß es nicht druckplatten haste waren nur die 1x1 verdammt so kann man auch mal probieren versuchen hinlegen vorte vorte hat auch keine druckplatten das ist ja doof so haben wir hier noch irgendwas schönes tolles haubleiben für die drohne was denn das den schaden und die abnutzung 50 prozent jetzt wenn wir sie haben müssen wir sie auch ausstatten wäre ja sonst ja komm nehmen wir freienverbesserung was haben wir hier so haben so haben wir fertig machen wir nicht mehr benutzen benutzen und eine stürmer gekriegt und hier auch nicht so das können wir gleich bauen was 99 100 habe ich gerade gesehen beim flitztürmen gut dann hm ja dann sind wir fast ins gesicht gesprungen die drohne da war das enden auch hier muss man nach questen oder was ok 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 ja gut das mal da rein wenn wir einmal hier sind naja blöd wäre man es nicht mitnehmen ja zweimal kochen 82 mal 100 oder so kriegen wir nochmal was was wir kochen dürfen gut die fackeln hier noch rein ja ich gehe doch schon rein lieber donnergott ja platz mach nur ein bisschen platz hier hm könnte man da ja die flinte brauchen wir nicht haben wir nicht so das ist das beste hier da so was auch das wieder für den knall drüben oder was mal looten hier aber hier wird es doch zusammengeschrieben achso da steht noch in dazu hier ist es zusammengeschrieben und da ist er auseinandergeschrieben da macht Sinn das stimmt doch weiß nicht aha meine die pistole auch hoch machen tut es aber nichts ne macht nicht so wenig schaden eigentlich was habe ich denn da dran gebastelt ich habe den leder dran gemacht hoch ich habe den leder dran gebaut ne höhe ich auch nicht so ähm da steht ein topf nimm die stühle mit na jetzt kannst du mal wieder was bin ich torstig toll alles haben wir gedacht immer muss ich da dran suchen ne muss ich weg hauen da steht wieder lehm rum das hat man schon hier noch nicht noch nebi würde ich mal rumtappen oder es ist doch riechen auch hier war die dame versteckt ne 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 Was machst du jetzt? Wenn ich die Tür zumache, wie kommen sie da jetzt wieder raus? Hä? 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 Brunst, tu dich raus oder bleibst... Okay. Du hattest doch gerne mal festgesteckt, ne? Da hab ich... Oh, zwei Bücher. Ach komm. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Ah, Leben geschossen, Mann. Oh, jetzt hab ich gedacht, du wärst eine Vogel, Junge. Puh. Ich muss mich ja dran gewöhnen, dass du mich rumschwürst. So. Die Sensoren haben etwas erfasst. Ah, ja, ja, ich seh's. Hier oben nicht, ne? Na, macht mal die Tür kaputt. So, da haben wir hier nämlich noch hier noch was versteckt, glaube ich, ne? Was ist denn das hier überhaupt? Hm. Eisen. Okay. Ach, was denn jetzt? Da da durch, oder was? Ach. Wollt kurz was abbauen, Mann. Hä? Nicht getroffen. Nee. Okay. So, jetzt würde ich hier aber mal... Es... Okay, also viel ist es nicht. Aber... besser wie nichts da. Was ist denn das? Ach. Es gibt einen tonischer. Äh. Äh. Und einen elektrischer. Und du? Du elektrischer. Okay. Gut. Hammer. Aber... Und es gibt nur einen. Sü, sü. Nee, hier ist noch einer. Gut. Dann hinein. Hup. So war's eigentlich schon. Nee, soll doch das Gebiet da ist noch wer. Oh, okay. Sollte mal ein Fenster werden bestimmt, ne? Dann haben sie das Ding einfach dran gebaut. Ja, ich nehme auch mit. Das war kein Tierfett, aber... Hm. Haben wir den komischen Crocker so gekriegt? Noch mal ein RK. Ein 5er. Ja. Also, wenn das hier gleich aus ist, das heißt... Oh, da ist der Loot nicht so hoch, ne? Da haben wir einen RK gleich. Am Anfang macht er auch keinen Fetz. Ne, hier, den nimmst du noch mal. Ne. Scheiße. Ne, gut. So, ich muss hier noch jemand. So, wo das Gebiet, der Punkt ist... Da hinten ist der Punkt. Äh, ok. Aber nicht, oben war keiner mehr. Ich bin da oben lang gelaufen. Wo geht's denn da hier hin? Ach so. Hm. Hier unten soll noch einer sein. Auch in der Küche. Ja, stimmt. Da waren wir gar nicht drin. Ja. Ich nicht. Das ist nur ein anderes Gebäude. Da muss ich ein ungutes Gefühl haben. Mensch. Oh. Das Flaschen ist aber voll geworden. Okay, Kaffee. Ja, den kannst du zerlegen, weil... Das kannst du zerlegen, weil... Das kannst du zerlegen, weil... Das kannst du zerlegen, weil... Ja. Wir haben uns jetzt fertig, die Quest. Okay, haben wir fertig. Alles gut. Ja, schön. Das ist aber... Das ist aber dreckig, du. Funktionierender Kühlschrank. Jetzt holst du es raus. Sonst geht er nicht mehr. Das ist doch kaputt. Hm. Okay. Brett. Hier ist kein Schlüsselbrett. Na, den Ofen halten wir. Der ist auch schon offen. Brauchen wir nicht dran. Gut, dann sind wir fertig. Nee, oder? Hm. Jetzt sind wir fertig. Oh, das ist die Kotte. Wir haben auch noch vergessen. So, da war wir überall. Hm, hm, hm. Gut, ab weg. So. Heim. Abklaisen. Die ist über die Mauer geheizt nochmals. Vorsichtsschild. Da geht es nicht lang. Du bist... Da geht es nicht lang. Ja, denn ich hacke hier mal was weg. Ich bin mal gespannt, wann wir mal die Baustelle kriegen als Quest. Uh, uh. Guck nach vorne. Mann, Mann, Mann. Wohl abgeboren. Dann ist die Drohne noch mal davor geflogen, oder was war der letzte Klatsch? Da kommen wir nicht durch. Mh. 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 Autsch. Mh. 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 Dann haben wir Sprengstoffe. Nichts dazu gekriegt. Und dann Fertigung von Pfeilen. 45 von 75. Aber dann kriegt man dann endlich mal die blöden Druckplatten. So, benutzen Robotik. 91 von 100. Jetzt kann man eine Vierer bauen, tja. Na, du hast Hunger, habe ich gesehen. Nee, aufmachen. Hier sind sie. Lange brauchen wir noch mal. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir haben kein Zement. Aber hier noch ein paar Blöcke mit, weiß ich es mal über. So, ne, so. Wollte die ganze gleich unten hin tun. Es wird ein Dach rum, dass er noch Blut wohnt. Verdammt. 2 Tage, ein Dach noch. So, wir müssen erstmal hinbauen, ne. Nee, andersrum. So, dann waren wir stehen geblieben bei... Ja, ja. Nehmt mit. Mach dran. So, dann haben wir eigentlich alle gebunden, ne. Total, hast du nicht zufälligerweise mitgenommen. Wo wir eigentlich mal drinnen ballern müssen. Welches Strom... Für die... Haben wir keine mitgenommen, ne. Haben wir hier auch keine. Na ja, dann gehen wir doch erstmal rüber. 2, 4, 6... 1, 2... Oh, na ja, da brauchen wir schon ein paar. Wir kriegen ja nicht alles auf einen geknallt. Also wir kriegen nicht alles an einen angebunden. Und es war schon richtig. Oh, komm, wir müssen doch etwas mitnehmen. Ja. 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 so genau die klappen müssen wir dann noch hin bestellen diese da genau bisschen lehm kaffee und hier ist war ein saum 6 minuten für 10 spülen na ja immerhin stein ja wir brauchen cement dann machen wir stein oder alle gehabt wieder schnell hier das war ein bisschen blei noch ein bisschen eisen dann wasser und dann lohnt noch nicht da ist schon wieder nacht oder was wir haben doch hier noch das haben wir schon mal wo ist jetzt hier haben wir noch eine wo noch nichts drin ist hier haben wir gemottet die ist schon gemottet die sind da ist drin der laser ist da noch drin den laser nimmst du mir noch mal raus bitte will ich noch mal probieren naja was willst du denn noch wer hat euch den laser bist du teuer geworden da ist die törche mit drin naja so ich will jetzt nicht eingeben hier da ist die tauschenlampe drin da ist aber auch eine dran wieso leuchtet sie nicht so kaputt Olu? Oder bist du nicht so hell? Oder ist meine Kopflampe zu hell? Oh, Olu? Hm, keine Ahnung. So, den wollte ich mir nochmal aufheben, jawohl. Dann passt nicht bei dir rein, okay. Ja, trotzdem 800 und sind 800 und. Hier haben wir noch eins, das wird nicht viel wert sein. Verändern. Da kriegt man den Laser aber dran, ne? Hm, schade. So, einen Bogen sehen, Dings haben wir nicht. So, da haben wir jetzt keine Waffen mehr, wo wir was rein stopfen können. Alles nur noch hier. Der Harge Clowns haben wir. Der hat den komischen Griff drin, okay. Na, dann packen wir es erstmal so mit rein, für den Fall, dass wir noch was kriegen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, die Klappen. Halt, da war noch ein Gewehr. Da war noch ein Gewehr. Der AK-47. So. Die Klappen. Okay. Ähm. So. Dann wollte man die Verteilung noch mitnehmen. Aber noch drei. So. Vielleicht reicht's ja. Dann brauchen wir nochmal Schalter bestimmt. Ich hab noch Elektro-Time-Posten gehabt. Naja, alles klar. Naja. Naja. Ich hatte doch noch. Gut. Was mit dir? 466. Na toll, ich hab nur noch 133 Steine bei mir. So. Was hast du denn? Da stöhnst du schon wieder. Dorscht. Nee, auch nicht mit. Dorscht. Hm. Hallo. Nein. Ooh. erf pergi knotlaufen.